Willkommen zurück, heute mit zwei weiteren schönen Befehlen für Listen und zwar Take und Drop. Wir steigen direkt ein und machen gar nicht lange rum. Und zwar wollen wir hier als allererstes mal folgendes tun und zwar wollen wir hier Take verwenden. Take ist ähnlich wie Slice, allerdings noch ein kleines bisschen einfacher und auch mit Take und Drop kann man genau dieses Szenario hier mit der Insert List rekonstruieren. Das ist auch wieder eure Aufgabe gleich, das heißt schön aufpassen. Okay, zunächst einmal bauen wir uns hier eine Take-Liste und bauen uns die, indem wir wieder Basic-List aufrufen, Punkt Take. So, und was wir jetzt machen ist im Endeffekt, wir sagen hier Take 2, also quasi nimm zwei, keine Schleichwerbung, Achtung. Und wir geben die natürlich aus. Und was hier passiert ist folgendes, löst, können wir nicht schreiben, löst. So, was hier passiert ist folgendes, wir nehmen uns einfach die ersten beiden Elemente, also nicht das Element an Stelle 2, sondern Element 0 und 1, also die ersten beiden. Die ersten zwei Elemente oder die ersten drei Elemente oder die ersten vier oder, oder, oder und den Rest schmeißen wir im Endeffekt weg. Alternativ können wir genau dasselbe mit Drop machen, das heißt wir können hier eine Droplist bauen und zwar Basic-List, Basic-List, Punkt, Drop. Und da können wir dann zwei auch wieder fallen lassen, wobei das genau das Gegenteil zu Take ist, das heißt wir nehmen hier eben alles außer den ersten beiden Elementen, das heißt wir sagen hier eine Droplist dazu. Ja und relativ cool, na da bekommen wir nämlich genau den Rest dazu. So, und jetzt ist eure Aufgabe mal wieder, baut euch aus dieser Basic-List und aus dieser Droplist eine Funktion, das ist jetzt eine tatsächliche Übung hier, also eine richtige Übung, eine Funktion, die eben Take und Drop verwendet, um am Ende in eine Liste zurückzugeben, um an einem gewissen Index, der als Parameter übergeben wird, ein Element, das auch als Parameter übergeben wird, einzufügen. Genau, und ja, das machen wir gleich zusammen. Gut, so, ich hoffe ihr habt alle die Aufgabe bearbeitet, wir probieren das Ganze mal zusammen und ja, das ist eigentlich relativ einfach, wir schreiben uns eine Funktion, die natürlich Insert heißt, Insert in List oder sowas, welchen Namen ihr dieser Funktion gibt, ist eigentlich irrelevant. Wir nehmen das Element vom Typ Int, wenn wir eine Int-Liste verwenden wollen, wir nehmen eine Liste, das heißt Liste, äh List vom Typ List von Int und wir nehmen natürlich den Index, Index vom Typ Int. So, ähm, und hier als allererstes machen wir folgendes, wir geben natürlich wieder eine Liste vom Typ Int zurück, aber was wir auch tun können, ist, wir geben hier eine Liste vom Typ Int Fragezeichen zurück. Ähm, das führt dazu, dass wir hier auch bei Fehlern keinen Fehler schmeißen, also keine Exception schmeißen müssen, weil wir das noch nicht gemacht haben, sondern, ähm, wir können einfach Null zurückgeben und das ist auch ganz angenehm. Und ich finde Null generell eigentlich angenehmer als einen Fehler zu schmeißen, denn, ja, so wird man, also in Kotlin wird man ja direkt dazu gezwungen, im Endeffekt eine Überprüfung zu machen, ob das Ding Null ist oder nicht, weil wir ja eben einen Fragezeichen-Typ haben. Okay, so, wie machen wir das Ganze jetzt? Nun ja, wir wollen ein Element in eine Liste aus Integern einfügen und zwar an einem gewissen Index. Das bedeutet, wir können hier tatsächlich schon mal schreiben, unser Result bildet sich zusammengesetzt aus, naja, was genau haben wir denn hier? Wir wollen die ersten, also ich mach mal hier ganz kurz einen Kommentar vorne dran, dann wird es vielleicht ein bisschen deutlicher. Wir haben hier, und ich gehe jetzt wirklich mal die Indizes durch, das sind die Indizes, die wir hier haben. Und wenn wir hier als Index eine 2 bekommen, ja, das ist das Ding hier, dann droppen wir die ersten, also das ist wirklich Index 2, wenn wir hier unser Element einfügen wollen, dann droppen wir die ersten, beziehungsweise nehmen die ersten zwei Elemente, fügen das Element ein und droppen die ersten zwei Elemente im Endeffekt wieder. Das ist genau das, was wir hier machen wollen. Das heißt, wir sagen hier, okay, Liste, du nimmst jetzt erstmal nur die ersten beiden Elemente oder die ersten Index Elemente. Das heißt, wenn wir an Index 2 einfügen wollen, dann sind das eben diese ersten beiden Elemente, also 0 und 1, dann fügen wir das Element an Index 2 ein und anschließend nehmen wir alle anderen Elemente wieder. Das heißt, wir sagen hier, Element wird eingefügt und danach droppen wir genau diese Elemente, Drop, äh, Drop Index. So, und anschließend können wir das schon zurückgeben, das heißt, Return Result. Ups, Result. So, ähm, jetzt haben wir natürlich ein Problem, denn wir wissen nicht, ob nicht vielleicht das irgendwie kaputt geht, ja, also ob der Index vielleicht einfach außerhalb ist. Und was passiert, wenn der Take Index außerhalb ist? Nun ja, schauen wir es uns einfach mal an. Was passiert denn, wenn ich hier Take, ähm, 42 mache? Und das ist das Schöne bei Take und bei Drop. Wenn ihr hier 42 Elemente einfach nehmt, dann habt ihr hier trotzdem einfach nur die volle Liste, also quasi die komplette Liste wird euch gegeben. Wenn ich hier 42 Elemente droppe, also Achtung, unsere Liste hat gerade mal ein paar wenige Elemente, dann bekomme ich hier einfach eine leere Liste wieder zurück. Das heißt, wir müssen hier tatsächlich gar kein Fragezeichen machen. Wir müssen auch keine Überprüfung machen, ob hier Index vielleicht zu groß oder zu klein ist. Wir können einfach direkt das Ding hier so definieren. Wir könnten sogar als einzeilige Funktion definieren, ähm, wobei ihr das auch gerne als Übung machen könnt. Aber, ja, das ist jetzt hier trotzdem eine wunderschöne Funktion geworden. Wir können hier auch eigentlich das Return direkt nach da oben setzen. So, Return und dann machen wir das hier so. Wunderbar. Und, ja, jetzt haben wir im Endeffekt alles, was wir wollen. Jetzt können wir das hier mal gerne ausprobieren. Printline. Und zwar, ähm, wollen wir, ähm, wie haben wir die Funktion denn genannt? Ich habe es schon wieder vergessen. Insert in List. Okay, Insert in List. Und da wollen wir natürlich dann die Basic List verwenden. Basic List. Ähm, halt, stopp. Wir wollen zuerst das Element, oder? Wie war das? Ähm, Element Liste und dann der Index. Vielleicht nicht die beste Reihenfolge, da kann man nochmal drüber reden. Ähm, das Element soll 42 natürlich sein. Wir wollen es an die Basic List, in die Basic List einfügen. Und zwar an Stelle 3. So. Und sieht folgendermaßen aus. Wir haben hier 1, äh, 0, 1, 2. Index 3 ist quasi unsere 42. Und dann kommt alles, was davor in der Liste drin war. Wunderbar. Und das heißt, unsere Insert in List Funktion hat wunderbar funktioniert. Und damit bedanke ich mich mal wieder bei euch für eure Aufmerksamkeit. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.